Hallihallo Hallöle, das Wort zum Sonntag, es ist Stardew Valley Time, zusammen im Multiplayer. Der hat mich schon wieder reingeredet, im Multiplayer wollte ich sagen, mit The Vardrug. Ja, ich rede dir gerne rein. Lassen wir dem Vardrug erstmal wissen, dass wir den verkleideten Dreher nicht verkaufen müssen, weil der nämlich nur 0G bringt. Aber der Vardrug hatte Platz in meinem Inventar weggenommen. Ja, dann packen wir eine Kiste. Du hast wieder ein bisschen was mit Fischen gemacht, irgendwie so. Was haben wir gestern noch gemacht? Ein bisschen was gesammelt, ein bisschen Hofarbeit. Die Weintrauben, wenn du die verkaufst, gelten die als Hofarbeit, weil man die im Herbst nämlich anpflanzen kann. Das ist ziemlich witzig. Was sagt denn das Wetter für morgen? Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein, okay. Und der Wahrsager sagt, die Geister fühlen sich heute neutral, gesinnt. Der Tag liegt in deinen Händen. Ich hätte gerne mal wieder ein bisschen Regen. Ja, ich auch. Dann würde ich nämlich noch den Rift Barsch fangen können. So geht das nicht. So. Ich wollte das da machen. Dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, wir können bald unsere erste Ancient Fruit ernten. Ich werde definitiv demnächst mal wieder ein paar Mods aufspielen. So Kleinigkeiten. Gibt es denn schon Mods für das neue Spiel? Also es ist schon eine neue Smarty-Version raus. Das ist schon mal ziemlich wichtig. Eben. Und manche Mods, also manche Sachen kannst du ja einfach so machen. Zum Beispiel, wie ich damals meinen Catry Skin zu Evoli gemacht habe. Das finde ich ziemlich cool. Ja. Ich glaube, das mache ich auch wieder einfach, weil ich es niedlich fand. Und was auch funktionieren wird, nehme ich mal an, sind diese Map-Mods, dass ich diese Live-Ansicht habe. Wo sind die Leute gerade? Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Das ist immer sehr praktisch, weil du kannst halt einfach jederzeit nachgucken. Es reicht ja auch, wenn einer von uns beiden die Mods zur Notat hat, weißt du. Also du darfst hier trotzdem gerne drauf installieren. Ich will dich da nicht abhalten. So. Ich habe jetzt zwei Pots an den Strand gestellt. Mhm. Und ich habe einen Anker gefunden. Haben wir den schon gehabt? Nein, haben wir noch nicht. Bin ich blöd hier gerade? Ja, bin ich. Ich mag die Musik aus dem Sommer. Eigentlich mag ich die gesamte Musik. Ja, so. Ich mag die Musik nicht so. Rausch. 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 Na, aber im Strand, da gibt es keine Musik. War die nicht Sportlehrerin? Wer ist Sportlehrerin? Frau Rausch. Ja, aber das ist nicht so. Bio und Sport, oder? Ähm. Ich glaube, Gunther ist bei mir kaputt. Gunther ist kaputt? Oh nein, du hast den Anker schon abgegeben. Dann ist Gunther vielleicht doch gar nicht mal so kaputt. Hä? Hä, wieso das denn? Ich war gerade, ich habe den Anker gefunden, da stand, Gunther kann dir mehr abzielen. Also bin ich zu Gunther gegangen. Ah ja, wenn du das noch nicht abgegeben hast. Aber jetzt bin ich bei Gunther drin gewesen im Haus. Hab drauf geguckt, jetzt steht da, hat vielleicht mal Piraten gehört. Ja, 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 das ist, das ist einfach noch so ein bisschen verpackte Moikik. Jetzt bin ich wieder raus aus dem Haus, ich sage wieder, Gunther kann nicht, oh Gott. Du musst den Anker, wenn du irgendwas hast, was du abgeben kannst, nimmst du den Anker, also du tust so, als ob was abgeben willst, du gehst mit deinem... Das ist mir egal, ich schmeiße mir sowieso alles in die Kiste, damit du es abgeben kannst. Ne, ne, du kannst dann in die Kiste gehen, äh, in die Kiste, mit der Maus auf den Anker gehen, der schon da liegt, den umplatzieren und dann kriegst du das freigeschalten. Ja, das ist nicht so schlimm. Es ist halt noch eine Beta-Version, ne? Das Einzige, was passieren kann, ist, dass ich dadurch die, ähm, den, äh, den Zugang zur, ähm, zum Abwasserkanal nicht kriege. Ich wette, wenn der einmal offen ist, kriegst du den auch, aber... So, ich werde jetzt mal versuchen, in den Minen ein bisschen weiter runter zu kommen. Ja, eben 60 wäre ganz gut, damit kann ich wieder weiter fischen. Ich habe gleich relativ am Anfang einen, äh, eine Treppe gefunden. Die Dust-Sprites töten, das ist auch immer so eine Sache. Da muss man ja auch voll viele, äh, davon erledigen. 500, eigentlich. Ja, aber das wird richtig Kohle. Ja, ja, aber, ähm, die Dust-Sprites tatsächlich und die Skelette sind auf meinem anderen Spielstand die einzigen Sachen, die ich noch nicht erledigt habe. Richtig lohnen, finde ich, tun sich die, wenn man dann die Slimes hat. Die Skelette auch, weil diese Maske einfach total witzig aussieht, wenn man die in irgendwelchen, äh, Charakter, ähm, Cut-Sprites auf hat. Ja, aber sie bringt dir halt nichts. Die sieht witzig aus. Und der, ähm, der Slime-Ring, der bringt's halt wenigstens. Boah, ich meine, du kannst nicht mehr von Slimes attackiert werden und du kannst nicht mehr von Slimes gebufft werden. Das ist schon praktisch. Ich glaube, wir müssen Kugelfische mit auf die Liste stellen von Fischen, die wir, äh, beim Merchant kaufen. Oh, ich muss schon wieder was essen. Ja, ich hab nichts gegessen. Weil die gehen ja richtig ab. Ja, Kugelfische, brauchst du die bessere, ähm, Angel dann. Das seh ich nicht ein. Das gültet nicht. So. Meine Energieleistung ist wieder voll. Und ich habe ein wenig, oh nee, Angriff der Fledermäuse, bitte schnell eine Leiter finden, dankeschön. Schatzruhe, ein Köder. Wow. Wobei Fledermausflügel ganz gut sind, wenn ich, äh, auf Farming 5, glaube ich, die, ähm, Blitzableiter bekomme. Dafür brauchst du Fledermausflügel? Ja. Und Blitzableiter sind relativ gut, weil du einfach pro Batterie auch mal 500 Gold kriegst, wenn du sie nicht brauchst, die Batterien. Und wenn du genug Blitzableiter baust, dann lohnt sich das echt. Und du willst also auf Ebene 60 den, äh, Eispip fangen, ja? Bringt mehr Geld als ein Stonefisch, weil ich die kriege. Ja. Ähm, ich habe einen Kugelfisch. Wupp, wupp. Einen Gugelfisch? Ich habe den Kugelfisch. Wow, ich habe heute ziemliches Treppenglück dafür, dass das Glück nur normal ist. Also, uh, und voll viele Kupfererze gerade hier. Acht Kupfererz, ähm, Blöcke. Also, acht Kupfererze, wo ich dann insgesamt 17 rausbekommen habe. Und ich habe schon 21, äh, Eisen. Ebene 50 erreicht. Die Kisten, die jetzt gerade noch, ähm, nur einer immer finden kann, werden wahrscheinlich auch, ähm, dann für beide da sein. Später. Ja. Also, bis zur 60 werde ich es heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Ich könnte noch gucken, ob ich einen Kaulbarsch fangen kann. Die gibt es, glaube ich, im Fluss oder im Teich. Mir kann ich... ja. Komm her, du Geist. Die Geister nerven mich, weil sie immer so weit zurückgeworfen werden. Ich habe schon 15 von 27 Leuten, ähm, begrüßt. Das ist schon eine Menge. 15? Ja. Na, für dich, ja. Für alle Antisozialer Mensch. Habe ich mit Ebiger schon geredet? Ebiger, was geht? Ich glaube, Kaulbarsch gibt es im Teich. Im Bergsee. Äh, ich glaube auch. Ja, ich weiß, da ist eine Leiter, aber da hinten gibt es Kohle. Kohle, Kohle, Kohle? Nein. Doch. Oh. Weiß nicht. Außerdem gibt es da hinten noch eine Leiter. Und nochmal Eisen. Wenn auch nur ein Erz. So, den Geist trägst du einfach aus. Den besiegen wir jetzt gar nicht. Hey, ein Kaulbarsch. Wupp, wupp. Wupp, wupp. 54 bin ich jetzt. Wer fehlt mir noch? Ähm, dass die, ähm, dass die, ähm, dass die Dust Sprites einfach so Steine kaputthauen können. Das ist 20 Uhr übrigens, ne? Ja, ja. Ich muss nur noch eine Treppe finden. Da bin ich auf Ebene 55 und kann irgendwie die nächsten Tage auf Ebene. Haben, haben wir schon, ähm, haben wir schon, ähm, Browsengioden gefunden? Ja, habe ich schon weggegeben. Ja, weil wir müssen noch eine in den, äh, ins Community Center bringen. Dachte ich mir dann hinterher auch. Researcher Bundle, ne? Ähm, ja. Ne, viel Feldforschung. Ja, ja. Mir hat vorne Träne. Sehr gut. Davon brauchen wir auch ein paar Föhn-Dinge. Und Quarz. Zweimal. So, ich komme wieder hoch. Wir sind, bis 55 bin ich durch. Das klingt ja schon mal gut. Eben. Ich habe jetzt einen Großteil der Köder eigentlich, äh, im Inventar. Was hast du im Inventar? Einen Großteil der Köder. Ähm. Okay. Hast du hier eine neue Hände geholt? Nee, aber weil ich sowieso hin und her erinnere. Und, ähm, noch nicht Level 10 bin beim Fischen. Ja. Ich bin gespannt, wie das geregelt ist. Bekomme Minenarbeit jetzt auf 4, okay. Na, wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen was für den, ähm, Krabbenreusen, für das Krabbenreusenbandel. Hm. Hm. Ich bin für das Krabbenreusenbandel. Habe ich da heute reingeguckt? Mal gucken. Ja. Hey. Fürs Krabbenreusenbandel bekommt man 3 Krabbenreusen als Belohnung. Ja. Wow. Ich, ähm, nehme, äh, Aufträge von Willy fast nie an, wenn er sagt, hey, angel mal so und so viele Fische. Viel Karpfen ist eigentlich kein Problem. Das ist, du stehst den ganzen Tag am, ähm, ähm, Teich oben, am Bergsee und dann passt was. Tut dir keinen Zwang an. Ja, ich hab's aber auch nicht angenommen. Ich finde, sie sollten noch einige Quests machen, die einfach nicht so schnell auslaufen. Achso, nee. Ich hab ja das erste Mal eine Solaressenz. Na, sie könnten sie halt unendlich lassen und dafür sagen, hey, wir kriegen erst neu, wenn die alte leer ist. Nee, das gehört nicht. Wenn die alte fertig gemacht ist. Sondern, das gehört da rein, das gehört da rein, das... Boah, Fox. Boah, Murphy. Rennt ja noch hier auf der Farm rum. Gefohrene Geioden. Äh, einige Freunde, die Geioden kommen nach oben hin. Ja, ich weiß. Vorne, Späden, Fox. 0.10 Uhr, ihr merkt, Leute, ich mach gar keinen Stress. Hm. Ins Bett gehen. Ich lass den Kamin noch über Nacht brennen. Ist in Ordnung. Und dann, wenn du nicht der Strohboden auslegst. Mietenarbeit, Stufe 4. Einmal Spitzhaken-Effektivität und umwandeln. Eisen. Fischen, Stufe 7. Einmal Angleffektivität, Affektivität, genau. Und Korkenfischköder und Schatzjäger. So, nächster Tag, oder? Wir warten nur auf dich. Fünfter Tag im Sommer. Ja, eins. Morgen wird sonnig. Das kann sich alles nochmal ändern. Das Problem ist, so langsam, ähm, gehen mir die Fische aus, die ich jetzt noch angeln muss. Um genau zu sein, sind sie mir gerade ausgegangen. Und dann heißt, ich werde jetzt einfach in die Wiener gehen oder sowas. Und damit runterpushen. Nachdem ich einmal an der, äh, meine Tiefereusen gemacht hab. Ja, vielleicht bin ich bis dahin mit dem Gießen durch. Können wir gemeinsam pushen, das ist ziemlich gut. Wollen wir die nächsten 5000 einsetzen, um, ähm, ähm, äh, die Kanne zu verbessern? Können wir gerne machen. Ich hab jetzt keine großen Sachen, die ich jetzt unbedingt ausgeben muss. Eben, also wenn wir jetzt noch ein bisschen Geld machen, durch Edelsteine zum Beispiel, oder wenn du nochmal fischen gehst oder sowas, irgendwann mal, dann können wir... Na ja, ich werde jetzt nach und nach halt meine Crabpots, äh, meine Krabbenhäusen ausbauen. Davon kriegen wir jetzt zwar kein Geld, aber Dünger. Ja, ist auch in Ordnung. So. Ist eigentlich gar niemand mehr da. Suki schreibt gar nichts mehr. Suki, bist du noch da, oder? Suki ist, glaub ich, grad weg. Und Tierlieb? Tierlieb ist eingeschlafen. Wahrscheinlich. Kann ich verstehen. Wär ich auch, wenn ich, wenn ich er wäre oder sie oder... So, auf zum Community Center. Und dann können wir zum, zur Mine gehen. So. Brauchen wir noch Kupfer, dann würde ich einfach weiter oben anfangen und die Kupfer noch ein bisschen, ähm, verarmen. Naja, Kupfer kann man immer gebrauchen, aber Eisen brauchen wir echt grad mehr. Okay. Ich kann morgen, ich kann am nächsten Tag auf der Runde, ähm, eine Schnecke abgeben gehen noch, dann kriege ich noch drei Krabbenhäusen, die kann ich auch nochmal auf Fohlen stellen. Das ist sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob ich das Fischen-Bundle grad so hochpusche, weil das bringt uns sowieso nicht viel. Was macht das? Äh, das, ähm, macht den glitzernden Felsen hier an der Mine weg. Ah, der ist krank, ja, den braucht man nicht, das ist... Dann kannst du Erze aus dem Wasser ziehen. Ja, was sich überhaupt nicht lohnt, dass wir da hätten sich echt was Besseres einfallen lassen können. Hast du schon in der Mine? Nee, noch nicht. Ich bin mitten in einem Slime gespawnt. Hallo? Wow. Fast tot. Oh. Du brauchst langsam mal ein besseres Schwert. Wenn ich meinen ganzen Tag in die Mine gehen will, dann nutze ich den, ähm... Oh Gott, oh Gott, ich brauch Hilfe! Ich bin auf dem Weg, dann nutze ich den Bug, dass ich überall mich heilen kann. 55. Hier kommen wir und retten dir. Du bist schon 56? Ja. Das ist eine Monster-Ebene. Hier kommen wir und retten dir. Guck mal, du dich mal um die Slimes. Na, aber sicher doch. Und? Das ist ein ganzes Slimes unten rechts. Ich kümmer mich hier um die anderen Viecher links. Kenntrascht es. Du, du könntest schfest. Kenntrascht es. Okay. Mal gut. Au. Au. Sehr gut. weiter 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 genau welches unglaublich tolle spiel hatte das gerade ich habe jemand gefunden habe ich zuerst gefunden offensichtlich links nicht mit dem green diamant nicht mit zwei kohlen daraus werden auch immer diamanten naja er nicht da unten ist schon übrigens eine leiter ist okay ich gehe weiter ich nicht wo hier hinten noch die kohle und den topaz so macht das ich über dessen weiter mach das meine güte ich hasse dieses dings so witzig mit dem mit dem ab mit mit der quale einfach von oben drauf zu hauen zwei schläge brauche hier 46 schläge kriege ich zehn steine warum mache ich mir eigentlich die mühe natürlich hat sie mich noch getroffen was witzig ist was mich nicht getroffen hat die wegverlängerungsspiralen sind so unnötig das denkst du ich habe nicht drauf müssen zwei schlägen machen kannst ich habe einen baldschwert gekriegt habe ich gesehen ich bin nicht mehr nutzlos ich habe ein kristall durchbekommen ich hätte jetzt auch mit weitschwert geben können ich bin 15 uhr ja ich sie warte mal kommt um den schafft man noch hat jetzt einfach nur schneller der dadurch macht er nicht das kürz und plus kürzler das auch noch aber als solche seite auch immer schnell nach einem geist ist ja unnötig hallo steine kaputt ich kümmer mich schon um den geist ach ja geister das hast du sehr schön gesagt mir ist nie aufgefallen dass es so ein oh sein soll was darfst du was es ist das geräusch das dieser geist macht wenn er stirbt ich mache mir darüber nicht so viele gedanken ich gehe nach unten ich gehe nach oben ich habe nie was für deutsche übrig gehabt hier im spiel ich auch nicht super oder so geht es mal machen normal ich habe keine inspiration gerade das war einfach nur übersteuert hast du unten was gefunden hast du unten was gefunden hast du unten was gefunden oh oh wow wow so ich kann äh mach hier wann anders weiter stehen dankeschön ich kann mich da nicht konzentrieren hier leiter unten leiter leiter immer weiter ich habe den geist weggeschlagen und er ist gleich zu dir weitergegangen wir müssen mobbingkreis mit dem geist machen mobbingkreis es geht nicht da oben dann müssen wir unten sein du meinst wohl mobbinggeist du hast einen freund der verfolgt dich au du hast mich reingeschubst Hashtag contact damage ne oh oh ich liebe diese geist geräusche dum 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 du brauche noch zwei leitern ich habe eine leiter gefunden unten links ja ich komme hin so lustig wie die pd die slimes böse werden und jetzt vorher auch schon gemacht ja im nächsten update kommt dann pvp dazu da können wir gegeneinander kämpfen ich kann sie nicht mitnehmen hast du noch platz im inventar? ja sehr gut also für eine omnigeode hätte man noch was wegschmeißen können weil da gute sachen raus kommen können ja aber wenn du sowieso platz im inventar noch hast dann brauche ich nicht wegschmeißen vorhin eine gefrorene und eine omni oh gott Achtung freund von hinten was freund von hinten? da war gerade ein Fledermaus so ja hab ich das ist ein Glowring ich brauche noch ein Glowring Glowring definitiv mitnehmen ja ja da musst du nicht mal was wegschmeißen weil den kannst du ja gleich anlegen so 65 und ein Diamant ja den holen wir noch ich hol den oh mein gott durch den dadurch dass die das laggen haben die manchmal keinen rückstoß und wenn die keinen rückstoß haben ist das voll cool es ist übrigens 22 Uhr wir sollten zurückgehen ähm weil da kannst du sie mit dem Schwetter irgendwie sechs mal treffen bevor sie wegfliegen Alter kannst du mir bitte den Debuff nicht geben Dankeschön kannst du mal bitte nicht draufgehen du hast die Diamanten in der Tasche ja wenn du hier unten geblieben wärst aber jetzt reicht's mir hier unten war noch so schön Eisen und so weiter das ist immer noch da wenn wir am nächsten Tag wiederkommen ne die Ebene wird neu generiert ja sind wir schon wieder bei 20 Minuten jetzt kommen sie mir schon hier so lange vor keine Ahnung ob wir bei 20 Minuten sind ich habe jetzt nicht mehr geguckt ich hab jetzt immer dass wir zwei Tage gemacht haben sind wir schon am zweiten Tag? ja 5 4 und 5 naja dann haben wir das schon mal geschafft genau dann kann ich nächstes und nächste Aufnahme anfangen erstmal mein Inventar zu sortieren das wird super ich mach das jetzt nämlich auch noch weißt du machst das jetzt so? nur ganz kurz normalerweise geht das ja schneller aber dadurch dass wir halt wir haben nur noch einen Fisch den wir jetzt im Herbst fangen äh den wir jetzt im Sommer fangen müssen die anderen können wir alle im Herbst fangen ok super und zwar den Riffbarsch wo ich mal Ozean bei Regen gehen muss wo ich mal Ozean bei Regen gehen muss weißt du? ja wo ich Ozean bei Regen gehen muss da kannst du fangen da kannst du fangen fisch ok nimmst du Fisch und machst schön das ist gut das ist gut wir haben jetzt 60 ähm äh Eisen ja 60? 60 also äh 6 12 Eisenbarren nice ziemlich nicer hast du irgendwas verkauft heute? ne du nämlich auch nicht Kampfstufe 2 Kampfstufe 3 und Lebenselixier ok ok so dann slash Pause bam das Wuchernde Unkraut hat auf deinem Hof Schaden angerichtet ok das geh ich mir nachher gleich mal kurz angucken ist aber nicht so stimmt das geht bei mir nicht ich würde sagen das war's für heute wir beenden hier die Aufnahme und auch die Aufnahmesession das heißt alles was ihr ab morgen das ist Montag der 21. äh sehen werdet ist dann schon wieder in der neuen Aufnahmesession ich dachte gar nicht dass wir so viele Folgen aufnehmen aber es hat sich doch ganz gut ausgegangen ja fand ich gut ich äh würde mich freuen wenn ihr mal ein paar Kommentare da lasst ein Like da lasst vielleicht auch ein Abo kommt doch auch mal auf Twitch vorbei Stream Ankündigungen findet ihr auf Twitter und äh ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge und bis dahin und tschö 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 also